Hallo zusammen, ich grüße euch hier in Esslingen am Schenkelberg. Ich darf euch heute unseren neuesten Wein vorstellen, unsere neuesten Kreation, unser Häufachgut, Rotwein. Es ist ein Cuvée aus Merlot und Zweigelt. Beide Sorte sind einige Zeit im Holzwass gelagert worden. Ich schenke ihn einfach mal ein, dann sehen wir schon die tolle rote Farbe, wo er hat. Dann würde ich einfach mal sagen, ich probiere ihn. Im Duft kommt mit wunderschönen würzigen Aromen raus, aber eine dezente Süße schmeckt oder riecht man auch schon, sehr zum Wohl. Ja, und im Geschmack genauso wie im Duft, würzig, schönes, süßes, samtig, weich, angenehm zum Trinken, einfach gut. Und den Wein bekommt ihr natürlich bei uns im Onlineshop oder auch bei unseren Fachhändlern und natürlich direkt in der Kälte im Mettingen.